das ist die Leute Mäcklein von AustroGamer und ich bin heute Runde Chill-Wary haha Namen gekonnt und äh mit der Base heute wieder Sir Jordan mhm, genau mein dritter Name ist das der mal derbs geil ist oder nicht? äh ja besser gesagt Mr. Jones aka Gamer Grafik das das nochmal gesagt ist haha hey los, du hast ja einen Kanal ne? ja ja ich hab auch so einen Kanal da lade ich so Videos hoch aber die sind ziemlich scheiße ne fuck oh man ich lose hier grad so heftig ne? du läufst doch nur rum bei mir ja ich muss mich mal hier so ein bisschen wieder einspielen einspielen das ist das Gerne oh die Pfiffen da mit Fällen raus ah und voll geht keine Leute gegen die an nein ich weiß gar nicht von wo überall die gerade angreifen das ist ja das ist unter dem unter der äh Stiege da ist das der Tunnel und da kann man's raus und da ja ich geh jetzt hier hoch und spring denn da runter fett vor den Tunnel im und und so ist das das wo die 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 dann ich und es ist was so ist mein Hände von der Welt völlig was sich getroffen der erste Kieler von Gott der Schäuers bekommen welche der erste Kieler kommen welche und schätze als er ist er ich bin zu müssen mit der Zweitwaffe von Sperrkämpfer die dritte da freischalten mal gucken wie die ist die dritte Axt das ist er ist ja da kommen sie zu dritt und sterben alle ja aber wir helfen werden das ist aber sehr viel angenehm das ist der erste er im zingeln aber recht gerne und das ist für kacke Oh Gott, du bist so kaputt, Alter. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ah nein, Elfbjah, Elfbjah, nein. Jetzt rennt er. Scheiße! Mieses Stück! Oh Gott. So, ich gewisse. Scheiße! Oh Gott! Muss erst mal wieder Respawn, Mann! Das ist hier wieder bis zum letzten Mann, oder wie? Nee, nee. Team Deathmatch. Ja, kommt Cedo? Oh Scheiße! Ja, die formieren sich da oben auch. Ja, ne? Das ist sozial. Komm schon, stirb! Komm schon, stirb! Ja, ha, 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 ha! Oh, der hat nun auch gurkelt. Pff, der Dach, der kann mich nur an... Oh Scheiße! Oh Scheiße! Komm da die Schufe rauf, unbedingt Dreck! Schnell, schnell, schnell! Oh Scheiße! Was haben wir, das sind 10 von denen? Ha, ha, ha! Au! Au! Au Scheiße! Das, was man in einen scheiß Mixer reinwerft, hä! Das war's, ich hab' ein frisches Rennen. Oh, 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 oh! Jetzt war' hintereinander! Wичего, więc, wo! Das ist jetzt mein neuer Kampfstreit! Hört sich jetzt sehr gefährlich an, Alter. Ja, ja, wow! Oh Ja, Männer! Scheiße! Ich bin jetzt neuer nebenher Oh, unten geht's schön ab Ja, lauf! Lauf, Forest, lauf! Wie gesagt, ich halte gerade Pilzer Nein, wieso? Warte, Kacke! Weil ich Probe bin, Alter! Ja, genau! Oh, Kacke! Junge! Warum? Warum? Keine Ahnung! Das ist mir das zweite Mal! Ich fühl hier grad an, Mann! Ich geh grad darüber nach... Nein! Wie wenn ich recht nicht hätte, würdest du mich nicht immer killen! Okay, so, auf geht's! Oh, was da Pfeil innen, die ja fliegen, ey! Oh, ha, 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 ha! Oh, ha, 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 ha! Und gekillt! Und gekillt! Wow! Und gekillt! Wow, ha, ha, ha! Wow, ha, ha! Oh, 16,7. Nicht schlecht, ne? anscheinend nicht ich hoffe es läuft nicht das Bein runter Flachwitz wo was ist es eben direkt in der feindlichen Basis zu sein es gibt fünf Leute gespawnden Formen da geht das das kann ich verkraften 6 einmal hin ich glaube es wird vielleicht eine andere Klasse ausprobieren Scheiße aber sagen wir mal so ich spiele in letzter Zeit auch nur noch den Schwerkämpfer und die Probe ist auch mit die 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 gaben so die Heugabel Die musst du erst freischalten, das ist die zweite Ja, aber bei welchener Klasse, das ist das Also bei welchener Wochen Beim Speerkämpfer und dann der ganz normale Speer Der dünne Na gut, die Runde wieder vorbei Und viel Spaß beim Marschern, tschüss